GZSZ, Totalabsturz nach W&L-Übernahme, Carlos am Boden Ausrufezeichen.In der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten hat die Intrige gegen W&L-Carlos isoliert. Carlos, Patrick Fernandes, hat in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sein Ziel erreicht. Vergangenen Woche zeigte RTL auch im Free-TV, dass seine Intrige gegen W&L erfolgreich war. Aus Angst, Tobias, Jan Kittmann, könnte wegen Carlos gefälschter Beweise ins Gefängnis wandern, verkaufte Katrin, Ulrike Frank, Rosa Lehmann, Joanna Schümer, die Firma für 7,5 Millionen Euro mit dem Einverständnis Gerners, Wolfgang Barrow, und Sanis, Valentina Pade. Keine Firma ist wichtiger als die Familie, sprach ihr Gerner seine volle Unterstützung für die Entscheidung zu, mit der Katrin bis zuletzt gehadert hatte. Es ist Zeit weiterzuziehen, erklärten die beiden ihren Mitarbeitern, bevor Carlos das Ruder übernahm. GZSZ, Carlos ist sozial isoliert. Allerdings hat Carlos' Vorgehen ihn weiter isoliert. Schon kürzlich sahen wir in der Serie, dass Michi, Lars Papa, ihn nicht nur aus seiner Wohnung warf, sondern ihm gleich die ganze Freundschaft kündigte. Du bist das größte Arschloch, das ich kenne, knallte er Carlos an den Kopf. Was er getan habe, sei kriminell. Tatsächlich bot Carlos Tobias, der aufgrund seiner Vergangenheit in der Baubranche verbrannt ist, einen Job an. Damit du doch noch einen Weg findest, um mich in den Knast zu bringen? Fragte Tobias zynisch, und lehnte ab, obgleich Carlos betonte, dass sein Handeln allein gegen Katrin gerichtet gewesen sei. Du wirst nie wieder als Bauleiter arbeiten. Wer soll denn einen Spielsüchtigen mit Privatinsolvenz bitte einstellen? Verspottete ihn Carlos, es kam zur Prügelei. Jetzt steht Carlos völlig allein da. Selbst, beziehungsweise gerade Alicia, Josefin Bressel, will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das Einzige, was du magst, ist dein Geschäftsführer-Pusten, wirft sie ihm an den Kopf. So beschließt er, seinen Erfolg allein zu feiern. Schließlich feiern ihn die Berliner Zeitungen bereits als Shootingstar der Berliner Immobilienbranche. Punkt GZSZ, Carlos am Boden. Carlos betrinkt sich, allein im Mauerwerk, bis er den Club im Morgengrauen verlassen muss. Er endet schließlich betrunken und allein auf dem Boden, wo er mit einer Wodkaflasche kuschelnd einschläft. Ausgerechnet Alicia sammelt ihn auf. Und obwohl sie ihrem Onkel gegenüber loyal sein möchte, hat sie immer noch Gefühle für Carlos. Das Zwischenund ist etwas besonders. Auch wenn du mir nichts anderes glaubst, glaub mir nur das, versucht er die Blondine zurückzugewinnen. Wir sind gespannt, ob Alicia auf Carlos Avancen eingeht. Das ist wunderbar, IS. Aussit champs ver familvergeb應. ツ